Hallo zusammen, mich jetzt wieder, tschadaa, und schon wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es wieder eine weitere kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money, World of Warcraft Edition. Und ich bin ja gerade dabei, ein wenig teures Transmog aufzukaufen. Und auch diesmal haben wir wieder was Nettes gefunden. Und ich bin jetzt auf meinem Char auf Lothar. Das ist mein ursprünglich erster Server, wo ich unterwegs war. Und ja, leider ist es mittlerweile ein recht kleiner Server, deswegen bin ich da auch irgendwann mal weg. Aber ich habe hier Transmog entdeckt. Und da können wir mal reinschauen, ein paar Sachen sind hier drin, was einigermaßen preiswert ist. Das Zeug ist immer teuer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber hier haben wir ein paar Sachen, die unter 100k sind. Und unter 100k ist immer noch ein Wert, wo ich sage, okay, den gebe ich jetzt noch gern aus für den Transmog. Und hier sind nämlich drei Sachen drin, die ich mir dann kaufen wollen würde. Und das, wie ihr seht, sind das alles Items, die aus dem Spiel entfernt wurden. Also hier, also eigentlich sind das alles Items, die hier drin sind, die aus dem Spiel entfernt wurden. Mir fehlen hier nur noch zwei Items, die man als Druid tragen kann, die ich mal kaufen könnte, die man noch farmen kann. Aber die sind so selten, dass die fast nie drin sind. Deswegen sind meistens alle anderen Items, die mir angezeigt werden, irgendwelche, die rausgenommen worden sind. Und diese bestimmten drei, die ich jetzt hier habe, also die apsychische Ledergürtel und dementsprechend auch die Handschuhe, beziehungsweise die Schuhe, die konnte man aus der Lockbox, aus der Garnision bekommen. Also da gab es ja diesen Wiederverwerter, also dieses Wiederverwertungsgebäude, das muss man aufstellen, hat eine Mission gemacht, hat davon dann Lockboxen gekriegt. Und in diesen Lockboxen konnte alles mögliche U-Altransmog sein. Ich habe jetzt irgendwie auf WoW-Head gelesen, dass die anscheinend schon mal rausgenommen wurden sind. Früher gab es das, glaube ich, mal in Silithus. Und dann zwischenzeitlich wieder, also dann wurde Silithus geändert, dann gab es es nicht mehr. Dann gab es es für die Lockboxen. Jetzt wurden die Lockboxen wieder rausgenommen. Und ja, jetzt ist es quasi das zweite Mal, dass man sie nicht mehr bekommen kann. Und ich weiß gar nicht, die Lockboxen sind raus seit einer Weile anscheinend. Egal. Auf jeden Fall wollen wir uns das jetzt kaufen. Und hier haben wir nämlich einmal den Gürtel für 77k. Und ich würde sagen, den kaufen wir jetzt einfach. Ich könnte hier auch drauf bieten, mir 7k sparen, aber wir kaufen es uns jetzt einfach. Also dann kaufen wir hier noch, oh, die anderen kosten jetzt 600k. Kaufen wir die Schuhe für 92k. Und dann wollen wir noch die Handschuhe kaufen, auch für 92k. Also wahrscheinlich hätte ich jetzt anfangen können. Auch noch den Typen anzuschreiben und die runter zu handeln. Aber das ist schon ein ganz okayer Preis. Vor allem, wenn man jetzt sieht, so der durchschnittliche Marktwert ist halt bei 180k, 300k, irgendwask. Ist schon relativ teuer. Gut, hier der Verkaufspreis durchschnittlich ist jetzt relativ niedrig. Ich habe aber mal übergeguckt, die sind fast nirgends mehr drauf. Bei so Sachen, die rausgepatcht sind, ist es halt immer schwierig, weil keine neuen nachkommen. Gibt es halt auch relativ wenig Verkäufe und sie sind halt auch auf nicht so vielen Servern drin. Deswegen dachte ich, na gut, hier habe ich das Gold. Jetzt haben wir ausgegeben 261.000 Gold für drei Transmog-Teile. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt. Wir lernen sie einmal. Es ist ein okayer Preis gewesen. Ich hätte es bestimmt vielleicht irgendwo anders nochmal günstiger finden können. Aber es war ein okayer Preis. Und vor allem werde ich ein bisschen Gold hier auf Lothar los. Und jetzt mache ich wieder das, was einige Freveler finden. Ich verkaufe die Sachen, die nicht mehr im Spiel drin sind, weil ich es einfach nicht brauche. Ich will das ja nur, dass ich es fürs Transmog lernen kann. Ob ich die Items jetzt hier rumflacken habe, ist jetzt irrelevant. Wir können uns das mal anschauen. Das sind ja anscheinend Sachen, die zusammenpassen. Achso, ich müsste den... Okay, das müssen wir uns so anschauen. Oder kann ich das auch... Ah, doch, warte mal. Ich kann mir die auch so einziehen, die Sachen. Ja. Okay. Also, das... Ja gut, was wollen wir da warten? Das sind ja auch ein Schuh, ein Gürtel und ein Schuh. Ja, jetzt könnte ich in irgendeinem SM-Ding mitmachen. Okay. Also, ja. Bisschen wenig, ne? So an Klamotten. Da müsste man dementsprechend vielleicht noch mehr... Ich weiß nicht, ob es da noch mehr von dem Set gab. Sich holen. Aber das ist es soweit. Drei Transmog-Items mehr. Wieder eine Viertelmillion raus. Beziehungsweise ein bisschen mehr als eine Viertelmillion. Million 261.000. Aber wenn wir jetzt hier reingucken, da sind jetzt nur noch zwei Items, die ich mir kaufen könnte, die nicht mehr im Spiel sind. Natürlich auf manchen anderen Servern sind noch mehr drin. Wir können jetzt auch zum Beispiel hier auf Antonidas gucken. Was da jetzt im Moment theoretisch noch drin wäre, was ich mir holen könnte. Ich sehe, da sind jetzt auch nur drei Sachen drin. Hier dieses Hemd, ne? Das will ich mir auch nochmal irgendwo kaufen. Es gibt, glaube ich, nur ein, zwei Hemden, die ich nicht habe. Aber hier 750k, 290k für den Rücken. Oder hier 200k ist natürlich ziemlich viel Holz. Ich habe gesehen, auf Equin sind teilweise mal so 10, 15 Teile drin. Irgendwie haben sich da diese ganzen alten, rausgepatchten Sachen gehortet. Eventuell werde ich da nochmal gucken. Aber da geht es dann in die x-Millionen, ne? Und erstmal habe ich das nicht auf Equin und zweitens mal x-Millionen, die gebe ich nicht aus. Summa 100, 200k ist okay, ja, für einen Teil. Oder für den Vorschlaghammer, den ich mir das letzte Mal gekauft habe, eine halbe Million, weil der halt echt richtig dreckig selten ist, ne? Aber jetzt ein paar Millionen möchte ich nicht ausgeben, ne? Man muss ja immer noch schauen, dass es ein Gold zumindest so ein bisschen zusammenhält. Gut, das war es mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, was ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, ich lasse euch dann wissen, wenn ich wieder mir irgendwas Teures ins Auge gefasst habe, was ich mir kaufen will, dann sehen wir uns dann nochmal. Euer Tila, bis dann. Ciao.